Die Lagerhalle einer Friseuter Bandweberei brennt. Die Mitarbeiter müssen evakuiert werden und zu allem Überfluss wird eine Person vermisst. So stellte sich die Situation für rund 70 Kameraden der Feuerwehren aus Friseute, Altneute, Markhausen und Gehenberg dar. Zum Glück handelte es sich aber nur um eine Übung der vier Feuerwehren der Stadt Friseute. Die Übung verlief reibungslos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017